Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu einer Special-Ausgabe der Höffi Show, denn wir haben heute auch einen Special-Gast hier bei uns. Heute hier ist Sita, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und du bist nicht ohne Grund da, denn du hast uns wunderschöne, traumhafte Möbel mitgebracht. Erzähl mal. Ich hatte ja die Ehre, mit Höffner meine eigene Kollektion zu designen und ich habe das fertige Ergebnis heute auch das erste Mal gesehen und ich bin ganz verliebt und ich hoffe, dass es den Käufern genauso gefällt wie mir. Jetzt kommst du ja so ein bisschen aus der Ecke Beauty, Design und Fashion und bist aber eher im Modebereich unterwegs gewesen. Was hat dich denn inspiriert dazu, auch in die Interior Design Richtung zu gehen? Also ich war schon immer so und ich glaube ich habe das von meiner Mama, die hat da auch echt eine Affinität für Möbel und Einrichtungen. Also ich liebe das und ich könnte jeden Monat meine Wohnung komplett neu wieder dekorieren und ich hatte jetzt mein Wohnzimmer neu gemacht und habe ganz viele Möbel von Möbelhöffner ausgewählt und so kam es dann zu der Zusammenarbeit und das sind einfach so meine Traum-Möbel, sage ich jetzt mal, die ich hier entwerfen durfte. Es ist glamourös, es ist ein bisschen verspielt, trotz allem halt durch den Stoff wirkt es auch unglaublich edel. Man sieht es hier auch so ein bisschen im Licht, also es hat so einen tollen Glanz, es ist so weich, es fasst sich auch total toll an, man wird es die ganze Zeit streicheln. So ein bisschen Vintage-Look auch, ne? Genau, also es ist ja auch so ein bisschen in diesem Chesterfield-Stil, was man ja hier durch die Knöpfe auch sehen kann. Es gibt hier noch zwei, ja ich würde mal sagen, versteckte Details, die wir unseren Zuschauern auch noch ein bisschen genauer erklären müssen. Zum einen ist es hier der Hocker und man kann ihn ja nicht nur als Hocker nutzen, man kann ihn auch als Tischchen nutzen, mit so einem süßen kleinen Tablett drauf. Finde ich als zuckersüß, aber, und das finde ich auch ganz toll, man kann ja einfach so ein paar Sachen verstauen, die Decke kann man abnehmen und hier eine Decke rein, Kissen rein oder wie auch immer, also es ist wirklich ganz super. Genau, also ich finde es auch sehr, sehr schön, weil ich zum Beispiel zu Hause nie weiß, wo ich meine, im Wohnzimmer, wo ich meine Decken, die liegen halt immer auf der Couch und es sieht irgendwie immer unordentlich aus. Und das ist jetzt natürlich eine super Möglichkeit alles zu verstauen. Und dann gibt es noch ein zweites verstecktes Detail und zwar ist es ein silberner Ring hinten am Stuhl. Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Also das war mir ganz, ganz wichtig, da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen von den schwedischen Inneneinrichtern, die haben das sehr, sehr oft an den Stühlen, diese Ringe einfach hinten dran. Ich finde das eine sehr, sehr süße Idee, wenn man zum Beispiel im Winter Nistelzweige ranhängt. Und ja, man kann da seine Gedanken freien Lauf spielen lassen und seine Inspiration. Man kann da so viel machen und deswegen finde ich das sehr, sehr schön und freue mich, dass ich das durchsetzen konnte. Und es ist ja auch ein Eyecatcher, selbst wenn man nichts dran macht, hat der Stuhl so einen Wiedererkennungswert und sieht einfach total cool aus. Genau. Ich möchte noch auf einen Detail zu sprechen kommen und zwar sind es die Beine. Weißt du zufällig, was für Material das ist? Ja, das ist Gummibaum. Das ist aus so einem Gummibaum hergestellt. Das ist natürlich sehr, sehr robust. Total. Absolut schön. Ja. Und hier haben wir als Lesezeichen noch so ein kleines Schildchen. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich, ich zeig das mal in die Kamera, zu sehen sein neben deiner Kollektion. Das heißt, wenn unsere Kunden dann ins Möbelhaus Höfner kommen und sehen diese Schildchen neben dem Preisschild, wird es dann glaube ich sein. Das ist deine Kollektion, steht alles da. Ja. Und dann sehen die das. Ich habe auch heute für eine Woche einen super Preis für die Sache mitgebracht. Das ist alles, was man hier sieht, unter 200 Euro. Schlagt also zu, wer dieser Preis ist, heiß sozusagen. Definitiv heiß. Die Möbel sind auch total heiß. Also sind mega, mega bequem. Dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben hier die eigene Kollektion von Sita mit ihrem Label Sita Maß und ja, alles nur eine einzige Woche. Danach ist es teurer, ne? Also greifen Sie schnell zu und Sie können alle Sachen wie immer bei uns entweder über die Hotline bestellen oder Sie gehen einfach ins Internet oder kommen Sie am allerliebsten direkt bei uns vorbei zum Möbelhaus Höfner. Cool. Sita, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Kollektion, aber da habe ich gar keinen Zweifel. Die ist wirklich toll. Dankeschön. Also bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.